Ah, ich weiß nicht, Chad, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, Chad, ich mach's jetzt einfach. Ich weiß, ich habe mich damit gegen den Chat entschieden. Ich werde an dieser Stelle auch jetzt nicht weiter erläutern. Also, Heule, wir machen jetzt was Schönes, was sehr Schönes. Und zwar habt ihr es sicherlich mitverfolgt, die Leute, die viel in Stream sind. Es gibt sowas in verschiedensten Bereichen, das nennt sich Tierlist. Ich zeige es ganz kurz, damit ihr wisst, optisch habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und diese Tierlist werden wir jetzt gleich gemeinsam erstellen. Worum geht es? Es geht um die Teilnehmer und um die Einschätzung der Überlebensfähigkeiten dieser Teilnehmer. Es gab eine Zeit lang, da haben welche das gemacht vom Boxkampf und so weiter. Wer würde wen blablabla besiegen und so weiter. Ging so ein bisschen durch die Streamer-Welt durch. Und wir haben überlegt, ey, das ist eigentlich eine coole Sache. Und pass auf, genau zuhören jetzt. Und zwar ist das eine Message an alle Teilnehmer. Wildcard ist erstmal noch außen vor, das wird im Hintergrund gerade gemacht. Aber an alle Teilnehmer. Meine Wenigkeit. Sabrina, Nova, Knossi, Sascha und Otto. Das sind die sechs Teilnehmer. Und alle diese sechs Teilnehmer sollen jetzt über diese Tierlist in den nächsten Wochen, umso schneller, umso besser ist natürlich, sich selbst und die anderen Teilnehmer einschätzen. Ja. Worum geht es? Es geht darum, eine Sortierung vorzunehmen. Und es gibt, es darf keine Doppelplatzierung geben. Also man darf nicht sagen, aha, die beide sind ungefähr gleich. Sondern es geht darum, final Skillrank 1, der erfahrenste, bis Skillrank 6, der unerfahrenste, die zu sortieren. Man kann ja einfach draufklicken, kann die irgendwo reinschieben, blabliblub. Ja, ist ganz, ganz einfach. Und ich möchte, dass das alle Teilnehmer, also alle, die ihr seht, irgendwie in einem Video oder auch in einem Livestream, wie ihr Bock habt, machen, um sich selbst einzuschätzen und auch sich selbst im Vergleich zu den anderen Teilnehmern einzuschätzen. Guckt euch auch mal ein paar Videos an, stöbert durch Instagram, wie auch immer. Und ganz wichtig, begründet natürlich auch, warum ihr wen wo seht. Es geht dabei um die Überlebensfähigkeit. Da spielt körperliche Fitness, Mindset, Vorerfahrung, technische Skills, alles mögliche Rolle. In der kompletten Gesamtheit. Was glaubt ihr, wer hat die größten Überlebensskills, Survival-Skills, Fähigkeiten, wie auch immer man das nennen will. Das wäre sehr, sehr geil, wenn das jeder der Teilnehmer macht. Und natürlich auch alle anderen Streamer, die irgendwie das Format feiern, sich alles mögliche angucken. Keine Ahnung, ich habe es gesehen, Unger hat sich einiges angeguckt. Ich glaube auch, Trimax hat reingeschaut und noch sicherlich einige andere. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Bock habt, auch eine Fremdeinschätzung machen. Dass ihr einfach sagt, wir gucken mal, wie würde zum Beispiel jetzt ein Unge, der vielleicht ein ganz gutes Mittelmaß über die Leute hat, die Leute einschätzen. So, und jetzt ganz wichtig, wenn dieses Video hier jetzt irgendwann auf dem Fritz Meineke Live-Kanal ist, dann schalten jetzt an diesem Punkt alle Streamer und alle Teilnehmer ab. Ihr geht in die Videobeschreibung, klickt auf den Link der Tierlist und macht dann eure eigene Einschätzung. Und ich werde jetzt in diesem Video, beziehungsweise im Stream gerade aktuell, meine Einschätzung vornehmen. Ich möchte aber nicht, dass ihr euch von mir beeinflussen lasst. Okay? Das heißt, an alle Teilnehmer und Streamer, die Bock drauf haben, gern auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken, in die Tierlist reingehen und einfach eine Einschätzung ergeben. Wichtig ist, die Einschätzung begründen. Gut, lieber Livestream-Chat. Jetzt wird's schwierig. Die Leute schreiben gerade schon ganz wild hin und her, wer schätzt wen, wo wie ein. Ich bin jetzt, ich bin jetzt dazu verpflichtet, mich selbst und die Leute einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie einfach oder schwer euch das fällt. Von dem einen weiß man mehr, von dem einen weiß man weniger. Ich denke, einige Leute sind gleich relativ einfach einzuschätzen, manche aber auch schwer. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen rantasten. Und ich bin sehr gespannt, was ihr auch dazu sagt. Ich sehe schon im Chat die Leute schon völlig am Durchdrehen. Also, ich glaube, fangen wir mal so an. Auf Platz 6 würde ich ganz klar, und das ist natürlich nicht böse gemeint, nicht falsch verstehen, Knossi. Ich bin mega happy, dass du zugesagt hast. Aber ich würde sagen, Knossi ist, und das ist ja nichts Schlimmes, ja, ist der unerfahrenste von allen Teilnehmern, oder? Er hat am wenigsten Erfahrung mit Outdoor, überhaupt, generell. Ja, Angelcamp war so ein bisschen draußen gepennt, irgendwie im Zelt oder irgendwie sowas. Ähm, ne, Thema, äh, Zigaretten, Nikotin ist so eine Sache. Mindset-mäßig, ja, ist er, glaube ich, schon ein Beißer, aber ich würde Knossi, Chat, was sagt ihr? Wo, sagt mal, sagt mal die Zahl von 1 bis 6, wo seht ihr Knossi? Ist er auf der 6 richtig eingestuft? Wie gesagt, nicht böse nehmen, nicht falsch verstehen, aber ich würde Knossi auf Rang 6 sehen. Ich glaube, da sind wir uns schon einig, wenn man nochmal durchgeht, ne, äh, irgendwie ganz kurz, meine Wenigkeit kennt ihr. Wir haben eine Sabrina, ähm, seit einem Jahr ungefähr Outdoor-mäßig unterwegs, paar Videos gemacht, draußen geschlafen, dies, das. Also, auf jeden Fall erfahrener als Knossi. Wir haben eine Nova, die 15 Jahre bei den Pfadfindern waren, also auf jeden Fall bei Knossi. wie Sascha, der irgendwie beim Bundesheer war, gerade ein übelstes, äh, Training mit, äh, irgendeiner Spezialinheit schon wieder macht. Ich habe schon mal vergessen, welches war. Gut, und über Otto brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Also, Knossi auf Rang 6. Arbeiten wir uns, wir arbeiten uns von unten hoch, oder? Wollen wir uns von unten hocharbeiten? So, jetzt ist die große Frage. Rang 5, Chat. Was sagt ihr? Rang 5. Ich habe da wen im Kopf. Ich hoffe übrigens, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Es ist ja wirklich einfach mal so eine Einschätzung. Ich bin auch gespannt, wie die anderen Kandidaten sich selbst und die anderen einschätzen würden. Ich habe wen im Kopf. Ich gucke noch nicht in den Chat. Ich mache es jetzt einfach. Und dann gucke ich erst mal, was ihr schreibt. Okay. Sascha, Sabrina, Sascha oder Sabrina, Sabrina, Sascha, Sabrina, Nova, Sabrina, Sabrina, Nova, Sascha, Nova, Sabrina, Nova. Sascha, Nova, Sabrina, Nova. Schwierig, ne? Oder sagt ehrlich. Es ist schwierig. Und ganz wichtig, es gibt da kein richtig und kein falsch. Das ist eine persönliche Meinung. Also, passt auf. Ich möchte euch gerne erklären, warum. Also, eine Sache muss man vielleicht sagen. Meine Wenigkeit und Otto sehen wir natürlich irgendwo bei der 1 und 2. Da sind wir uns, denke ich, einig. Das heißt, wir müssen jetzt Rang 3, 4 und 5 festlegen. Und da müssen wir uns entscheiden zwischen Nova, Sascha und Sabrina. Und die Meinungen gehen sicherlich krass auseinander. So, warum habe ich jetzt Sabrina auf die 5 genommen? Also, Sabrina ist seit einem Jahr Outdoor-mäßig unterwegs, aber nicht unbedingt jetzt Survival-mäßig. Das heißt, wir haben ja bei mir im Video den ersten Overnighter gemacht. Da hat sie in der Hängematte gepennt. Also, sie hat schon ein paar Mal draußen geschlafen. Achsvergleich, bisschen Harzerhexensteg. Verschiedenste Sachen gemacht. Eines Weitprojekt, Schnittsprojekt. Bereitet sich vor. Aber, im Vergleich zu Nova, und bei Nova weiß ich es nur aus Erzählungen. Nova hat gesagt, sie ist 15 Jahre bei den Pfadfindern gewesen. Und nicht nur Haha, Kicher, Kicher, sondern Feuer machen, Holz hacken, Bäume fällen, im Regen unterwegs sein, durchgenässt, pennen, keine Ahnung sowas. So, deswegen habe ich Sabrina unter Nova einsortiert, weil Sabrina, ich sag mal, ein, zwei Jahre Outdoor-Fahrung, Nova 15. Das sind, keine Ahnung, mag jeder anders sehen, aber ich sehe Sabrina von den Informationen, die ich habe, auf der 5. Ich weiß, ich habe schon tausend Mal gesagt, ich hoffe, es fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. Wir werden ja sehen, wie Sabrina sich selbst einschätzt. Das wird sehr, sehr spannend. Wie schätzt Sabrina sich selbst ein? Sieht sie sich auf der 5 oder weiter vorne? Wie schätzt denn Nova sich ein? Okay, also, genau, das ist meine persönliche Meinung, Rang 5. Jetzt Rang 3 und 4. Entscheidet sich zwischen Sascha und Nova. Und das finde ich schwierig, das finde ich sehr, sehr schwer und ich weiß nicht, ob ich mich entscheiden kann. Nova, 15 Jahre Pfadfinder, hat ultra Bock auf das Projekt, von sich aus. Nova ist von sich aus gekommen, hat mir schon bei Staffel 1 gesagt, ey, bam, Fritz, ich habe Bock, ich bin ready, ich bin bereit. Wer sich alle Videos angeguckt hat, wer sich die Reactions angeguckt hat, hat gesehen, dass Nova auch sehr straight aufgetreten ist. Wie viel dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber sie hat schon gesagt, ey, pass auf, ne, unterschätzt mich nicht, ich habe was drauf. Sascha hat sich nicht freiwillig gemeldet. Sascha hatte auch eher Angst. Sascha ist aber sehr motiviert. Ist Sascha vielleicht aber auch ein wenig zu übermotiviert. Er hat selbst schon davon gesprochen in seinen Streams, dass er Angst hat, dass er, dass er überdreht, dass er das Trinken vergisst, dass er kein Ende findet, dass er, wisst ihr was ich meine? Das kann auch schnell zum Verhängnis werden. Was hat Sascha für Autorfahrung? Ähm, er hat Autorfahrung ein bisschen von, von seiner Zeit bei der Armee. Er macht gerade ein Survival-Training, ähm, beim Bundesheer. Er hat den Seven World Zwei-Selbstversuch gemacht, wo wir ein bisschen was gesehen haben. Es, es gibt ja viele Faktoren, die da rein, für mich sieht das so aus. Nova wirkt für mich die mit den größeren Skills, mit 15 Jahre Autorfahrung, die auch gesagt hat, ey, ich weiß, wie es ist, nass zu sein. Ich schneide mir meine Haare ab, ist mir scheißegal, bumm, ne. Die ist nicht so, ah, geradeaus schreiend motiviert, aber die ist sehr straight, fokussiert, klar und zeigt kein bisschen Angst und sagt, ey, 15 Jahre Autor, was los, let's go. Sascha hingegen ist der, der Motivator, der laut ist, der straight ist, der durchziehen will. Äh, was sagt ihr, Chat? Wer ist auf der Drei, wer ist auf der Vier? Ich habe eine klare Tendenz, ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege. Wir werden sehen, wie die Kandidaten sich selbst einschätzen. Ich mache es jetzt einfach, ich mache, es ist ein Bauchgefühl. Ich setze Nova auf die Drei und Sascha auf die Vier. Verurteilt mich, ich habe keine Ahnung, aber von dem Wissensstand, den ich habe, sehe ich tatsächlich eine Nova vor einem Sascha. Es kann sein, dass sich ein Sascha noch sehr viel aneignet und dass er vielleicht auch ganz anders performt und dass vielleicht auch die Isolation da gar nicht berücksichtigt ist. Ihr wisst, was ich meine, aber das ist das, was mein Bauchgefühl mir einfach sagt von den Informationen, die ich habe. Aber, wie gesagt, es geht um Überlebensfähigkeiten, wo alles rein spielt. Auto-Erfahrung, Mindset, äh, wie kommt man mit Isolation klar, alles mögliche. Okay, ich muss kurz einen Schluck trinken, weil jetzt wird es spannend, Freunde. Wir haben noch Rang 1 und Rang 2 und wir haben noch mich und Otto. Also der Chat ist sich ziemlich einig. Der Chat ist sich, glaube ich, ziemlich einig, wenn ich das so lese. Aber ich will mich, lasse ich mich vom Chat beeinflussen, also vielleicht, um das kurz für die Zuschauer zu sagen, die jetzt auf dem Live-Kanal gucken. Der Chat ist sich einig und sagt ganz klar, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ah, jetzt, jetzt, enden, jetzt dreht sich's doch mal. Aber ich würde sagen, zwei Drittel sagen Otto auf die Eins, ein Drittel sagen mich auf die Eins. Okay, pass auf, beruhigt euch erstmal kurz im Chat. Wir gehen jetzt mal wirklich sachlich an die Sache ran. Wir machen jetzt eine Pro- und Kontraliste im Kopf. Okay? Also. Und es geht, es geht um eine realistische Einschätzung. Es geht nicht darum zu zeigen, wer ist der Geize, bla, blie, blub und so weiter. Es geht einfach nur um eine Einschätzung, wo man sagt, ja, das passt. Und das ist schwierig, weil theoretisch, klingt doof, aber ich würde mich mit Otto ein bisschen auf ein, auf ein Level hier setzen. Ähm, nicht, dass ich mich auf das gleiche Level wie er setzen will, in zum Beispiel militärischen Sachen, überhaupt nicht. Ja? Aber vielleicht dafür in anderen Sachen. Also, gehen wir mal wirklich systematisch ran an die Sache. Mindset-mäßig, was die Motivation und der Durchhaltewille angeht, würde ich sagen, sind wir beide auf dem Gleichen. Sind wir gleich. Jeder auf seine Art und Weise. Aber wir sind beide Menschen, die einen absoluten Biss haben. Und die in den Tunnelblick kommen, weil sie was erreichen wollen. Okay. Ich glaube, dass Otto jemand ist, der in bremslichen Situationen mehr den kühlen Kopf bewahren kann, als ich. Also, Otto hat mehr Extremsituationen in seinem Leben, schätze ich mal, gehabt, wo er ruhiger und bedachter bleiben kann, wo ich vielleicht ein bisschen mehr emotional überreagiere. So, da würde ich Otto ein bisschen mehr hochsehen. Gehen wir mal, was bei mir vielleicht ein kleiner Vorteil ist. Ich habe schon mal sieben Tage in Staffel 1 mit dann nur noch drei Gegenständen geschafft, ausgeharrt, wie auch immer. Das heißt, ich weiß, wie es ist, sieben Tage lang isoliert allein zu sein. Ich kenne diese Phasen schon. Ich glaube, und das weiß ich nicht, das wird Otto wahrscheinlich selbst noch sagen, er hat es vielleicht noch nicht gehabt. Das heißt, okay, ich habe vielleicht, was genau dieses Szenario angeht, Solo, Isolation, sieben Tage, habe ich vielleicht ein Stück, einen kleineren Vorteil. Ja, da weiß ich schon, was auf mich zukommt. Ich weiß, wie ich reagiere. Obwohl ich Otto auch so einschätze, dass der damit klarkommt in der Isolation. Der ist so straight in seinem Kopf, in seinem Mindset, dass, das juckt den nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Okay, gehen wir mal an, an das Thema der Survival Skills, der wirklichen Skills, wo es ums Überleben geht. Ich glaube, dass Otto rein vom Militärischen her einiges gelernt hat, was ich nicht gelernt habe. Was mir aber aufgefallen ist, ja, Chat schreibt es gerade, sowas wie Einzelkämpferlehrgang, Combat Survival und so weiter. Was man nicht vergessen darf, das ist das, was mir aufgefallen ist. Ihr könnt mich gern verbessern. Wie gesagt, ist nur das, was ich aufgenommen habe. Also, bei Bundeswehrlehrgängen in solche Richtungen hat man doch immer irgendwie noch gewisse Sachen an Ausrüstung. Ja, also, man hat irgendwie seine Firstline, man hat doch irgendwie noch einen Esspit-Kocher dabei. Also, sehr viel Survival-Technik und wenn man sich Videos anguckt, wenn man sich Beliest, Fernspäher, keine Ahnung was. Die haben immer sehr viel Ausrüstung noch dabei. Und hier noch ein Backup und hier noch Paracord da drin. Und ich habe noch zwei Feuerstähle, ich habe hier noch ein Backup-Ding. Und es ist, sehr viel ist ausrüstungsbasiert. Ich weiß nicht, inwieweit Otto ausgebildet ist, mit wirklich nur dem Nötigsten, Nötigsten, Nötigsten klarzukommen. Beispiel, Seven vs. White, Staffel 1, Tag 3, Abgabe der Gegenstände. Schlafsack hatte ich noch, Messer hatte ich noch, Feuerstahl. Drei Gegenstände. Ich weiß nicht, ob die Lehrgänge darauf ausgebildet sind. Ich habe verschiedene Videos mir angeguckt. Ich habe Bücher gelesen, wo Militärausbilder sind. Und es ist immer sehr ausrüstungsbasiert. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ich deswegen sagen würde, dass ich bei dem Thema Survival mit wenig Ausrüstung einen Millimeter weiter vor bin. Oder mehr Erfahrung habe als Otto. Durch vielleicht Staffel 1, Seven vs. White. Okay, nächster Punkt. Sorry, dass ich es so ziehe. Ihr müsst meine Gedanken irgendwie ja mitkriegen. Nächster Punkt ist, Tropen. Was haben wir für Tropen erfahren? Otto war in Brasilien und Venezuela. Ja. Ich war in Peru und auf einer tropischen Insel. Ist wieder gleich. Scheiße, ich komme nicht drumherum. Freunde, was machen wir? Ich muss es ja selbst einschätzen. Ich will mich... Ah, wisst ihr was? Ah! Das ist ganz wichtig. Wir können nicht beide auf eine Eins und wir können nicht beide auf eine Zwei setzen. Man muss sich entscheiden. Man muss sich entscheiden. Ich will aber auch nicht abgehoben rüberkommen, weil ich schätze Otto sehr. Und Otto ist krass. Definitiv. Sehe ich mich über Otto oder unter Otto? Im tropischen Seven vs. White Setting. Sehe ich mich sieben Tage lang durchkommen? Ja. Sehe ich Otto sieben Tage lang durchkommen? Ja. Soldatenerfahrung ist denke ich noch eine kleinere Schippe mehr als private Autoerfahrung. Ja, das kommt auf die Situation drauf an. Also wir sind ja hier nicht in einem Krisengebiet eingesetzt und so. Ah! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, Otto ist, keine Ahnung, Otto ist sieben Jahre älter als ich. Hat dadurch mehr Lebenserfahrung? Ja, macht keinen Unterschied. Ist körperlich fitter oder gleich fit, würde ich sagen. Ich kann besser Schachfiguren schnitzen. Ich muss kurz mal in mich gehen. Ihr könnt das, wisst ihr was das Problem ist? Ihr könnt das gerade nicht nachvollziehen, warum ich so ratte an meinem Kopf. Aber ihr werdet erfahren, warum das so ist. Nicht jetzt. Aber ihr werdet noch erfahren, warum ich gerade so am Hadern bin. Ich sage zu viel. Das ist gerade übrigens nicht gespielt, Freunde. Falls ihr jetzt denkt, ich will irgendwas in die Länge ziehen mit Absicht. Wichtig ist, man muss ja, man muss auf das Setting denken. Man darf nicht an einen Militäreinsatz denken. Hat Otto mehr Erfahrung im Bereich, wie ich aus dem Helikopter-Fastrooping runterkomme? Ja. Brauchen wir das? Nein. Thema Schießen spielt keine Rolle. Okay, Chat, ich mache es jetzt einfach. Ich weiß, ich habe mich damit gegen den Chat entschieden. Ich werde an dieser Stelle auch jetzt nicht weiter erläutern. Es ist, wie es ist. Ich weiß, dass das viele jetzt als abgehoben sehen. Ist auch völlig okay. Könnt auch frech schreiben. Ihr werdet sehen. Okay? Auflösung erfolgt demnächst. So, und dann alle auf dem Fritz-Meinig-Live-Kanal. Wenn ihr die Updates zum Thema Regeländerung, Gegenstände, Kleidung, Ausrüstung usw. nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall Daumen nach oben aufs Video. Und natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen.